Ein geiler Typ. Zell am See. Endlich sind wir da, macht Nora ihre Freundin Lisa aufmerksam. Der Zug hält mit einem sanften Ruck. Die jungen Frauen springen aus dem Waggon. Die beiden Grazer Freundinnen wollen der Mutter von Lisa einen Besuch abstatten. Am Bahnhof wartet bereits die 50-jährige blonde Mutter mit ihrem Fahrrad auf Idee Ankömmlinge. Die Studentinnen freuten sich nach der über vierstündigen Bahnfahrt am wunderschönen Zielort angekommen zu sein. Nora ist zuvor noch nie in Zell am See gewesen und kennt den Ort nur von Erzählungen ihrer WG-Kollegin Lisa. Diese ist hier mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihren zwei Brüdern aufgewachsen. Die Frauen umarmen sich herzlich und freuen sich auf das gemeinsame Wochenende. Sie beschließen an der Promenade spazieren zu gehen. Die angelegten Boote treiben auf den sanften Wellen dahin und das Wetter lässt zu wünschen übrig. Plötzlich erspäht Lisa einen jungen Jogger. Schaut's, da ist ein geiler Typ und deutet auf den jungen Mann in langarm Leibchen und eng anliegende Laufhose. Der erste fesche Mann, den wir hier sehen, stellt das Mädchen mit ihrem intuitiven Männerradar fest. Ja, wenn der Jünger war hat, dann wäre der auch was für mich, schmachtet Lisas Mutter. Der Läufer trägt ein blau-schwarzes Dress und hippe Laufschuhe der Marke Nike. Es handelt sich um einen sehr trainierten Mann, der richtig knackig aussieht. Er trabt auf das weibliche Trio zu, bis er schließlich direkt vor den Damen steht. Die gackenden Hühner verstummen, als sie sein Gesicht erkennen können. Der dreifachen Mutter fiel das weiße Sportfahrrad aus der Hand. Es prallt mit voller Wucht auf den Gehweg. Steht doch ihr 22-jähriger Sohn vor ihr. Lisa fängt hysterisch zu lachen an, als sie den knackigen Jogger sieht und es ihr Zwillingsbruder ist. Nora hält die Luft an, als sie realisiert, das ist der Bruder ihrer besten Freundin. Was ist los mit euch? Was habt ihr schon wieder? Wundert sich Heimo und läuft irritiert davon.